Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 6. Wir stehen gerade am Hahnkampf, Dingsbums. Ich habe da gerade noch eins gemacht und habe gerade für mich entschieden. Wir haben ja jetzt quasi Costa del Mar fast fertig, aber ich möchte schon die militärischen Ziele machen. Und deswegen werden wir jetzt ein bisschen Radau machen, was die militärischen Ziele angeht. Und zwar, das sind die roten hier. Hier werden wir gleich mal in Angriff nehmen. Flugabwehr ist sowieso kacke, weil wir überall gerne mit dem Flugzeug hinfliegen. Und deswegen geht es los jetzt hier mit heute mal einer quasi Nebenmissionsfolge. Der Livestream ist wieder mit am Start. Gerne mal vorbeischauen. Und ich schnapp mir einen Flieger. Ich überlege gerade welchen. Der Napalm-Bomber ist ja auch nicht schlecht, ne? Komm, ich nehme mal den Napalm-OM9. Ach ja, das war der. Der kann auch auch, glaube ich, Bomben abschmeißen, richtig? Also das ist ja der ursprüngliche Bombenabschmeißer. Der ist sogar besprüht. Perfekt. Andale! Und los geht das hier. So. Er hebt ab. Nichts hält ihn am Boden. Da haben wir das erste Ziel. So, ich muss mal gucken, wie es läuft. Ich habe übrigens mal HD-Strukturen wieder angestellt. Einfach, um zu gucken, ob man einen Unterschied sieht. Ähm, auch performance-technisch. Das war auch komischerweise aus. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es an war. Kurz mal einen reingejallert. So, einmal umdrehen, bitte. Flugzeug fliegen kriegen wir mittlerweile ganz gut hin. Was ist denn das Ziel, hä? Bin ich genau drüber, oder was? Oder habe ich das schon zerstört? Nee. Was denke ich immer, wenn meine Blazey abhebt? Blazey 4, oder was? Ja, die war übel laut. Hä, wo ist denn jetzt das Ziel? Das war doch da. Hier unten, oder nicht? Oh, nee. Was ist das überhaupt für einen? Da brennt alles, aber was ist denn das für ein Ziel? Ach, das ist hier die Abholungsdinger, wa? Das sind die Abholungsdinger. Ja, okay, warte. Wir müssen mal aussteigen. Okay. Ist da oben. Der muss erst mal gelöscht werden. Oh, ich sitze im Baum. Oh, no. Okay, der ist nicht hoch. Wollte gerade sagen, so shit, ich sitze im Baum. So, ja, schon mal die Blazey 4, die war übel laut. Hallo Silvan, grüße. Na, alter Kamerad, was geht? Wieder schön auf Arbeit über Lautsprecher, dass die Kollegen das alle hören, ja? Scheiße, jetzt komm ich da nicht hin, weil hier alles brennt. Äh. Brauche ich hier den Feuerlöscher von Icarus. Fuck, hört das auch noch auf? Ein Text, grüße. Staubsaugermeister am Flughafen. Wieso denn am Flughafen? Da wird nicht gesaugt. Da wird gewohnt. Boah, da hinten? Das hab ich nicht mehr geschafft. Mich erinnert das immer noch an Grank. Aber wisst ihr was? Wie ich's gesagt hab, ich hab jetzt ja die Folge 4 und 5 heute hochgeladen. Und wie ich's gesagt hab, die Melodie hier, dieses... Ist tatsächlich lizenziert und geschützt. Und alle Einnahmen, die mit dem Video erzeugt werden, gehen an irgendeine Organisation, die dieses Lied quasi promotet. Das meine ich halt, du stellst den Streamer-Modus an, dass du keine Radiomusik und geschützte Musik hast und hast die dann aber trotzdem in dem Spiel. Also das ist halt so... Uplay, sorry, aber ist ein No-Go. Meiner Meinung nach. Dann hab ich hier lieber keine Mucke. Mittlerweile gibt's so viel lizenzfreie Musik. Also da hätte Uplay ruhig mal ein bisschen drauf achten können. Meiner Meinung nach. Ich mein, die kriegen ja auch von allen Streamern guten Support und Werbung für das Spiel. Und ich find's halt blöd. Jo, mach das. Bis später. Oh, also ich... Ich find immer noch... Ich find immer noch... Quadfahren ist der... Das beschissenste Fortbewegungsmittel in dem ganzen Spiel. Ja, wie so ein Flummi. Wollen wir mal einfach durchfahren? Ich darf nicht stehenbleiben. Ich bin gleich wieder weg. Uah! So, das ist der weiße, äh... Gelbe Rauch. Ah, die fahren durch. Perfekt. Nebel mit Kopfhörern bei drei Metern unterm Boden im Kabel schafft. Oh, was? So. Maus aktiviert. Gegner markiert. Eins. Zwei. Alter, die läuft zickzack. Oh, der duft sich. Wir haben eine Unterstützung. Oh, nee. Oh, nee. Geh nicht. Scheiße, die Hubschrauber, die hab ich nicht mehr mit eingeplant. Lass mich erst mal heilen. Kulige Klettverschluss. So, und jetzt wollen wir dich vom Rahn, Junge. Die Helikopter ist immer noch so scheit. Der war viel zu stark, ich Dinger. So, jetzt lass mich in Ruhe hier. Sehr gut. Very good. Aber die müsst ihr auch fertig. Scheiße, ja. Das ist richtig gut, das Zeug. So. Das haben wir. Easy going. Da können wir eigentlich zum nächsten Schnellreise machen. Können wir eigentlich zum nächsten Schnellreise machen. Würde ich sagen. Haben wir auch. Ah, hier, guck mal. Gleich Flugabwehr. Okay, da fahren wir hin. Ich hab ja gerade so ein nettes Moped entdeckt. Mit Beifahrersitz. Das kommt doch wie gerufen. Ich bin ja ehrlich, ich hätte das Spiel auch gerne mal im, äh, Koop gespielt. Man kann das ja auch zu zweit spielen. Würde jetzt der zweite quasi im, äh, Beifahrerwagen sitzen. Aber ich kenn keinen, der das Spiel auch spielt. Hehe. Es zeugt irgendwie kaum noch einer. Ich weiß auch nicht. Wie gestern. Da waren es ja irgendwie, war ich glaube ich, der mit den meisten Zuschauern auf Twitch, was Far Cry 6 angeht. Haben die das alle schon durch? Na, ich weiß ja nicht. Oder hat es die einfach nicht überzeugt? Haben sie die zwei, zwei vereinbarten Stunden mit Uplay, äh, untergerattert auf Twitch und dann nie wieder angefasst das Spiel? Hahaha. So. Flugabwehr, Leute. So. Da gibt's auch wieder Uran. Ich muss auch mal zu dem Typen, wo ich das Uran einlösen kann. Mein, hier vorne ist es ja schon. Wollen wir Rambazamba machen? Komm, wir machen Rambazamba. Da haben wir's schon fertig. Die Mucke immer, Alter Falter. Ja, ja, ja. Hier ist Kahn. Das sind Teile. Einer ist hier noch. Ach, Scharfschütze da oben. Oh, versteckst du dich nicht. So, das war's. Hier ist das Uran. Ich hab irgendwie gerade auch... Man verliert so ein bisschen die Lust am Looten, weil... Ich brauch das grad gar nicht. Der Loot-Scheiß. What the fuck? Kommst du denn her? Oder war der Sound kurz weg? Jetzt rennst du weg, oder wat? Der Last Hit muss halt im Kopf sein. Dann kriegst du gutes Fleisch. Wenn ich euch ansinne, sehe ich die Zukunft. Ich sehe das Radies. So. Aber hier unten ging's in den Bunker. Hm. Da wird dann mein Loot-Herz doch ein bisschen... Neugierig. Hier ist einfach nichts, oder wat? Oder ist das dieser... Alter, guck mal. Lul. Tch. Ach, keine Lasse. Kischte. Wow. Mehr kann man hier nicht machen. Gar nix. Vielleicht gehört das irgendwann später zu einer Mission. Ich weiß es nicht. I don't know. So. Schnell das Gebiet verlassen. Und dann machen wir schnell Reise. Jetzt kommt die Musik schon wieder. Die will das nicht. So. Cordy? Über den Kontrollpunkt dann dahin. Das ist auch wieder eine... Ja. Auf zum Strand heißt das schon. Okay, dann. Schnellreise. Danni. Danni. Ja. Wo ist das so tief? Vielleicht können wir da... Na wohl. Man fühlt sich an, als würde das Lager nie fertig werden. Ich hab das doch schon dreimal aufgerüstet oder so. Moin, da geht es hier. Ja, aber die Neemission will ich schon machen. Also hier diese... äh... Militärische Ziele. Aber das ist gleich hier vorne. Das war nicht so, wie es aussieht, Leute. Das war nicht so, wie es aussieht. Gewalt ist einfach. Gutes Werkzeug finden es schwer. Gewalt ist einfach. Gutes Werkzeug finden es schwer. Digi geben Baumarkt. So. Ja, man. Hubschraubschrauben nehmen, weil... Da können wir wenigstens landen und zum nächsten dann weiterfliegen. Zum nächsten weiter düsen. Bisschen zu hoch. Mühe zu hoch. Ja, Frau Dieter, was wolltest du mit Ausrufezeichen Lurk? Was soll da für eine Befehle kommen? Ah, da haben sie ja aktiviert. Das Panzer, guck mal. Ach so, hier muss ich ja nur die Dings fertig... äh... kaputt machen, wa? Das Schild. Aber hier ist gar kein Schild. Da war noch ein Dude, oder was? Ja, easy. Das war ja mal ganz leicht, du. Libertad, Libertad, Libertad. So, gern geschehen. Äh... Da wollen wir da hin. Da ist ja wieder so ein... So ein... So ein... Soul-Eater, grüße, moin. Hat hier irgendjemand schon die Story durch? Äh, ne, ich bin dabei. Warum? Was willst du denn wissen? Hallo. Cordy. Ohne Cordy. Ah, da lassen wir einen Heli-Gunz. Warte, ich helfe dir hoch. Komm hoch, Hübsche. Habt ihr gefragt, was ist denn mit ihm los? Tötet ihr den mal? Mann. Alles muss man alleine machen. Hier muss irgendwo eine... Kiste sein. Kiste. Ja. Ganz einfach. Zack. Baseballschläger als Spiegeldeko. Oh ja. Äh... Oh, noch Momente. Achso, hab ich ja schon... Hab ich ja schon markiert. Da oben. Ah, halt nicht schießen. Das ist wieder so ein... Abholding. Dass ich wieder alles in Brand setze und ewig nicht landen kann. Oha. Präzise Flugkünste werden hier erfordert. Ah, butterweich. Guck dir, du hast mal Ohren hier. Da steht die Korre. Was ist denn jetzt schon wieder hier? Warum wird denn hier schon wieder geschossen? Was ist denn... Oha. No. Pass auf dich auf, Dani. Tschüss, Junge. Ist da einer runtergesprungen? Boom. Boom, Junge. Boom, Leute. Headshot voll ins Knie. Achtung. Headshot voll ins Knie. So. Immer das passende Outfit an. So. Ja, vier Minuten. Die brauchen wir eh nicht. Wir düsen ja diesmal im Sauseschritt mit dem Hubschraubschraub dahin. Eine Lieferung, ha? Das übernehme ich gern. Ach, ich wollte mal gucken, wo hier... ...Löchstrakete auf A. Okay. Oha. Drausen geht all in. Und das ist jetzt das Spiel auch immer noch sehr gut. Also... Auch wenn die HD-Strukturen aktiviert sind, dann sieht eh kaum einen Unterschied. Also da gibt es ja immer so Vor-Her-Nach-A-Bild. Und es gibt halt kaum einen Unterschied zu aktiviert und nicht aktiviert. So, ja. Gleich mal ein paar Raketen reinballern. Guten Tag, ich bin da. Oh, Scheiße. Die reichen nicht so weit. Hallo, Manns. Geh es. Komm mal da, ne? Es sind gar keine Gegner, doch da unten am Haus. Ich bin doch da, Mensch. Das ist ein Riesenfang, ich hoffe klar, der ist stolz auf mich. Hier haben wir noch eine Urne. Das ist ja so, Lu, was. Wow, guck mal, jetzt wird mir sogar angezeigt. Das ist ja witzig. Mir wird gerade angezeigt, dass Uchiha-Kuchen die erste Nachricht hier gelassen hat. Seine allererste. Kreuze-Kalender-Digit. Herzlich willkommen, hey ho, zurück. So, jetzt die Frage, wohin fliegen wir denn als nächstes? Also mit so einem Helikopter bist du halt schon sehr mobil. Mobil, mobil, bei Arbeit, Spaß und Spiel. Hier will ich mir was zeigen. So, das hier sind so Nebenmissionen. Ja, komm, wir bleiben bei den Nebenmissionen. Wir holen denen mal hier seinen Hahn, aber da könnten wir eigentlich jetzt eine Schnell-Rise machen. Was geht? Oh, Far Cry 6 geht. Und bei dir? Und Soul Eater, was wolltest du denn wissen wegen der Story? Hast du das überlesen? Nee, hast du nicht gefragt, oder? Schön, dich zu sehen, Dani. So, schön, dich zu sehen, Dani. So, da hinten war... Der Typ mit dem Gockel. Was hast du hier? Steroide. Der hat Steroidehühner. Ja, also das war klasse, wie du Ramon gefunden hast, Mami. Ich hoffe, der Scheißkerl ruht in Frieden oder sowas. Aber noch bist du nicht fertig. Die gedopten Hähne sind entkommen und zerfetzen alles, was in den Verdera in die Quere kommt. Das ist unnatürlich. Machen mir Angst. Aber sag's keinem. Ich habe einen Freund, der in der Gegend wohnt. Er hat mich gestern sitzen lassen. Und er verpasst sonst nie ein Domino-Spiel. Oh, ein Domino. Ich mache mir Sorgen, weißt du. Wir müssen das in Ordnung bringen, Mami. Und hey, guck mal, ob du mir eins ihrer kleinen Eier bringen kannst. Vielleicht kommt bei dem ganzen Scheiß doch noch was Gutes raus. Der redet so gerns geheimnisvoll. Ich weiß auch nicht, was er denkt, wer er ist. Aber ich hole ihm jetzt die Eier. Ich hole ihm Eier. Ja, Mami, ran an die Eier. Aber mach sie nicht kaputt, hörst du? Ran an die Eier. Okay, Moment. Los geht's, Guerriera. Zeig uns, was du drauf hast. Ich kann mich hier gar nicht hinhocken. Schade. Der ist aber dreckig, der Hund. Das ist das Schwein ja sauberer. Obwohl, es ist auch nicht besser aus. Der sieht auch nicht besser aus hier. So, okay. Holen wir mal Eier. Mach mal Eier. Wow, Mats hat beides gewonnen. Mats ist cheatet. Mats hat Überfall und Arena im Stream gewonnen. Mats ist cheatet. So, let's go. Glücksschwein. Das stimmt wohl. 2000 entfernt. Holy shit. Aber ich hab da noch nicht wirklich ne Schnellreise-Dings, oder? Halt auch hier vielleicht. Ach komm, scheiß auf Eli. Wir machen das wie Echelmänner. Wir springen aus Flugzeug mit dem Fallschirm. Ah ne, mit, äh, die Wingsuit. Mit einem Wingsuit. Segeln wir nach unten. Gucken wir ja auch an. Wie so ein Meteorit. Komm mal, gehen wir mal direkt hier unten. Oh, hier brennt alles neu. Ich höre Hähne. Das muss der richtige Ort sein. Oha, Leute, hier sind übelst viele. Oh, da kommt schon der erste. Und wir wissen, mit denen ist nicht leicht Kirschen essen. Ey, wie sagt man? Oh, da kommt der. Ah, au. Aua. Oh, hier kommen wir doch. Schafe. Schafe. Das Ding ist, das Thema Respawn, die Scheißviecher. Ah, hier sind die Eier. Du kommst mit mir, kleines Küken. Kann ich nur eins mitnehmen? Ich hätte noch die restlichen Eier zerschlagen. Oha. Okay, das ist auf jeden Fall zerschlagen. Hey, wieso ist das nicht hochgegangen? Wie viele Scheißbühner hier sind. Ach, cool. Kommen die hoch. Ich hab den doch getroffen, Alter. Diese Dinger sind völlig irre. Dich vom Acker, du Bauer. Vernichte die restlichen Eier. Halt doch. Vier Stück. Scheißvögel. Das ist die Dopinghühner. Isst sie mit euch. Machen wir das so, per Hand? Handarbeit. Hatte der randaliert vor der Tür. Omi, beruhig dich. Nicht mal Fleisch für. Für die Dopinghühner. Ich hab doch keinem erzählen müssen, dass das gedopte Fleisch ist. Ich hab einfach Bio draufgeschrieben, so wie die das in Real Life auch tun und fertig. Ich hab's nicht mehr aktiv. Wie weit bist du schon und wie viele... Wow, Hüchen. Sind Drops nicht mehr da? Doch. Eigentlich müsste es an sein. Oh, hier. Wie hält der bitte aus? Der ist einfach ein Fackelbild, der Typ. Was ist denn jetzt noch? Also noch Eier. Ich glaub nicht mehr. Also ich hab's auf jeden Fall aktiviert. Scheiße, ich hab's hier echt. So, definitiv hier drüben noch in dem Stall da. Wie weit bist du schon und wie... Na, ich hab jetzt, weiß ich nicht, zehn Spielstunden oder so. Ich war halt eine Woche im Urlaub, deswegen bin ich halt nicht so weit wie alle anderen, aber... Finde ich auch nicht schlimm. Ich spiele ja auch noch kaum noch einer, hab ich gehört auf Twitch. Alter, ich zieg das einig. Scheiß, scheiß Mögel! So, wie viel denn noch? Noch so viele. Wo sollen die denn sein? Da muss noch ein Stall sein. Aber warum fragst du? So, willst du was bestimmtes wissen oder... Oder einfach nur so? So, wo sind hier noch Eier? Hier sind noch welche... Vor allem hier hab ich ein Dynamit reingeschmissen. So, zehn Stück noch? What the fuck? Was hab ich denn bitte übersehen? Die im Haus hab ich. Das ist nicht mehr im Suchgebiet. Ich bin hier, hier waren wir noch nicht. Das war's. Hey, Elvis. Ich hab dein Ei. Unversehrt. Aber dein Freund... ist ne andere Geschichte. Ach wirklich? Ronja. Auf einer von den Guten. Zerreißt dir das Herz, was? Und was hat es mit diesem Ei auf sich, Elvis? Ja, da verdient sich jeder noch was nebenbei. Harnkämpfe sind teuer. Aber keine Sorge, ja? Komm einfach her. Er will ja auch so gedobtes Hühnchen haben, Leute. Schon schön aus, das Spiel. Muss man schon sagen. Hier so. Also richtig flüssig laufen tut's nicht, ey. So. Einmal wieder Schnellreise zurück. Boop. Hier gibt es Harnkämpfe. Jo, echt jetzt? Super gut, Mami. Super gut. Also hör zu. Du hast das Richtige getan. Wir geben unserem Freund eine nette Beerdigung. Und dieses Ei kommt dahin, wo es hingeht. Diese scheußlichen Vögel sind immer noch da draus. Also pass auf dich auf, ja? Du bist die krasseste Mami. Mami. So, das haben wir auch geklärt. Ich hab aber gedacht... Ah ja, Salat vor allem. Ich hab aber gedacht, wir kriegen wenigstens mal... ...neinen Kampfhahn oder so. Nix. Oh, nix, ey. Oh, nix, ey. So, was haben wir da noch? Ah, das ist der Hund. Vergeben und vergessen. Das ist der Doggo im Rollstuhl. Möchtest du denn, kleiner Mann? Weltaufgeregt. Oh, er ist so putzig. Guck mal. Er will mir was zeigen, aber was? Und wo? Ich sollte ihm folgen, um herauszufinden. Na, komm. Wow, wo willst du denn hin? Du willst, dass ich... Okay, ich folg dir. Hey, wo ist er jetzt hin? Da. Oh, guck doch, wie er losritt. Was hast du denn da? Ist das für mich? Oha. Eine Tasche. Cool. Schlaue, kleine Wurst. Noch ein Geschenk? Womit habe ich das verdient? Das putze ich. Hey, nicht schlecht, Chorizo. Der braucht noch so Offroad-Reifen. Das ist ja voll witzig. Du hast hier überall was versteckt, hm? Du kleiner Guerrero. Teresa Schlüssel. Junge, Junge. Junge. Oh. Conio. Du warst ja richtig fleißig, was? Mierda. Du bist einfach zu gut zu mir. Weiß Fili von all dem? Ach, was weiß ich. Mit Rebo, herzlich willkommen. Vielen Dank für das Volumen. Wahrscheinlich hat er dir geholfen, den ganzen Kram zu stehlen. Gracias, Chorizo. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Das war's. Das war die Mission. Wow, die können wir mitnehmen? Auf jeden Fall. Ach, guck mal, der kommt jetzt generell automatisch mit. So, äh, was ich mich jetzt gerade frage ist, wir gehen mal an die Werkbank. Vielleicht kann mir das jemand im Chat, äh, erklären oder sagen, der das Spiel vielleicht schon ein bisschen besser kennt. Und zwar, wie schalte ich denn, äh, hier die Vierer-Sachen? Ach, guck mal, jetzt kann ich die? Weil die Sterne da, äh, hatte ich vorher nicht vier, aber jetzt kann ich vier. Guck mal, jetzt können wir jetzt einen geilen Schalldämpfer machen. Verringert, überhitzen, langsam. Er wird stark verringert, überhitzt, langsam. Überhitzt, schnell. Ja, das ist der Beste, wa? Pro Schalldämpfer. Geschwindigkeit oder... Heimlichkeit. Überhitzt, langsam. Ach, hier wird es stark. Der Waffenlärm wird stark reduziert, der Effekt der Reichweite wird stark verringert. Stark verringert? Geschwindigkeit ist die Reichweite, oder was? Das steht aber auch bei beiden da. Genau, der etwas und da stark. Dann nehmen wir den. So, haben wir schon mal einen besseren, äh, Schalldämpfer. Für die Knarre. Gibt es hier noch coole Muni irgendwie? Nee, Panzerbrechende. Ja, hier zum Beispiel, das, der vierte, der vierte Stern. Material fehlt. Geht erst so deswegen. So, haben wir noch irgendwas? Talisman haben wir noch einen neuen. Der Rundeanhänger. Oh, nehm mal mit. So. Das hätten wir auch geklärt. Wir haben auf der Pistol noch gar keinen, äh, Dingsbums. Das werden wir auch... Ach, geht hier gar nicht. Noch Motz. Abzugskontrolle. Der Werfenschaden mit gezielten Schüssen wird erhöht. Ich dachte, ich kann hier vielleicht auch ein Dings machen, aber mit der kannst du gar nicht. Okay. So. Uli, was machen wir denn als nächstes? Was haben wir denn hier noch? So, die haben wir auch noch nicht gemacht. Lola, Sondereinsätze und Schwarzmarkt. Gucken wir mal. Bombenhundi. Handy, nur noch Hundi. Bombenhundi. They see me rolling. The Hailing. Controlling, you two, that kiss me one, buddy. Da drüben. Lola, stets zu Dingsen. Lola, Lola, warum? Ich bin Lola, alias die Göttel der Waren und des Tratschs. Ich verkaufe... Null. Okay, das ist dann so andere Spielerhand in unseren Quark, glaube ich. Das brauchen wir nicht. Guck mal, da haben wir doch hier alles fertig jetzt. Dann haben wir da alles fertig. Hier wäre jetzt noch so eine Besorgung. Ich frage mich halt nur gerade. Da oben ist noch eine Mission. Von Clara. Clara. Guck mal, das ist jetzt in jedem Bezirk. Quasi, nee, in dem hier noch nicht. In dem hier Rang 6. Und in dem hier... Nee, warte, 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 oben. Ja. Rang 10. Nee, wir machen erst mal Rang 6. Komm. Hier unten quasi. Da kann ich Schnellreisen machen. So, machen wir. Aber wo ich es gerade lese, wo ist denn der Juan? Wegen meinen Impro-Waffen. Hola. Ich will mit dir reden. Ja. Was ist los? Clara, ich bin bei Aleste. Und die Geschichte wiederholt sich. Und das bedeutet? In diesem Land werden Legenden geboren. Die 67er-Revolution begann in Aleste. El Tigre, La Kimama, Lorenzo, Lobo. Sie führten die Guerilla an, die Castillos Vater Gabriel stürzte. Libertad schließt den Kreis für Yara. Und wissen die schon, dass ich komme, um ihnen die gute Nachricht zu überbringen? El Tigre ist schon ganz aufgeregt. Versprochen. Versprochen. Was kannst du mir sagen? Ein paar Bauern waren bei uns im Lager, weil die Armee eine Flugabwehranlage auf ihrem Land gebaut hat. Ich hab sie dir auf der Karte markiert. Merci. El Tigre? So sieht's aus. Du bist sicher die Kleine von Clara. Die Auserwählte von Libertad. Nenn mich nicht Kleine. Schon verstanden. Du bist Bebe Tigre. Und keine Angst, ich sorge dafür, dass du nicht als Trophäe von Benitez endest. Wer ist Benitez? Die Anführerin von Castillos Marine. Ein echtes Seeungeheuer. Sie liebt es, Verräter wie Fischer an der Leine zu trocknen, damit ganz Aleste es sieht. Tja, Pech gehabt. Jetzt bin ich in der Läste. Find ich gut. Wirklich. Hattest du eine lange Nacht? Ja. Gestern sind Rum und Cola in Strömen geflossen, Bebe Tigre. Na gut, keine Cola. Kenn ich. Ich schicke ein paar Fotos, damit du uns finden kannst. Ist das ein Felsenkrebs? Ja. Meld dich, wenn du da bist. Und bring deinen Kletterhacken mit. Den wirst du brauchen. Jetzt bewegt deinen Arsch auf unseren Berg. Wir können es nicht erwarten, dich kennenzulernen, Bebe Tigre. Okay. Soll ich jetzt nicht eigentlich Fotos erhalten? Und heute nicht. Wo finde ich denn Juan? Wegen, ähm... Wo war ich jetzt hier rübergehe? Wo war denn der? Der war doch auf der Insel hier. Ja. Machen wir. Gehen wir erstmal schnell da hin. Weil der kann ja meine Impro-Waffen wohl irgendwie, äh... Aufbessern. Gebt mir neue, was auch immer. Gegen das Uran. Worauf wartest du? Los, sieh dir meine Waffen an, Dani. Juan? Kann es sein, dass du glücklich bist? Ich habe meine Werkstatt und eine Revolution, die darauf wartet, gewonnen zu werden. Was könnte ein Guerrero mehr wollen? Der Hund hier Randale macht. So, hier, guck mal. Da, können wir nämlich neue kaufen. Aber es gibt immer noch keinen Granatwerfer. Oder Raketenwerfer. Das wundert mich. Das hier ist eine Nagelpistole. Das ist irgendwie... Er schmeißt CDs. Das ist ein Schock-Effekt. Projektile explosieren nach bestimmter Zeit. Projektile schalten keine Gegner auf. Was? Projektile schalten keine Gegner auf. Ne. Ja, und der Rest war kacke. Okay. Also hier können wir gar nicht viel mitmachen. Können die nur neu kaufen. Ich dachte, ich kann meinen vielleicht noch aufrüsten, dass er mehr Schaden macht. Oder größeren Radius. Oder irgendwas. Ja gut. Dann nehmen wir die Kiste noch mit. Was ich gerade entdeckt habe. Ist sie da drin oder draußen? Außen. Hm. Außen. Außen. Und der hat ja auch noch mal Missionen. Du willst mehr Spielzeug bringen? Bring mehr ab. Das ist einfach nur zum Kaufen, oder was? Das ist ja dumm. Verfalle in Rage, während du deine Gesundheit und Gesundheit steigerst und Macheten-Kills auch beliebige Gegner ausführen kannst. Das ist halt, ich mag das alles nicht. Okay, wir können ja mal auf Spaß diese Musik-Knarre kaufen. So, da ist die Werkbank. Die am Weg steht. So, Super Primo. Das wäre dann... Ach nee, das ist gar nicht Super Primo. War das jetzt eine Impro-Waffe? Ja. Okay, Musik, Musik. Tatsächlich ein CD-Werfer. So, ein CD-Werfer braucht man natürlich, Leute. So. Wo ist jetzt hier die Kiste? Bin ich blind? Klickst du da noch nach oben? Ah, hier oben sein Wohnzimmer. Guck mal. Ah ja. War nicht so verkehrt. Guck mal, Mann. Junge Alkoholisierter, Mann. So, dann würde ich sagen... Wieder zurück. Ist auch noch eine Mission. Jetzt haben wir einmal die hier unten angefangen. Dann machen wir einmal Schnellreise. Beziehungsweise... Springen wir aus dem Flieger. Und segeln da mal per Wingsuit hin. Ich mag das ja. Wingsuit ist besser. Oh, da blitzt es. Wenn ich jetzt von Blitz getroffen wäre, wäre es so episch. Würde ich richtig witzig finden. Auch wenn ich dann tot wäre, würde ich das trotzdem witzig finden. Was steht hier? Weiß jemand, wo man eine Festplatte für den PC kaufen kann? Keine Ahnung. den YouTubers Live 2. Ist das noch hinter dem Berg? Oder was? Unter dem Berg? In dem Berg? Ach, deswegen Kletterhaken, oder was? Was ist da hinten? Na ja, wenn ich jetzt da hochkomme... Ach, jetzt schickt er mir das Foto, oder was? Da kann ich keinen Kletterhaken ranballern. Wollt ihr jetzt... Da geht schon wieder eine Art Haken. So, guck mal, da haben wir hier wahrscheinlich gleich Schnellreiseort. Sehr schön. Wo bin ich denn jetzt? Da sollte ich sowieso hin, oder nicht? Was ist denn alles? Du sitzt fest. Der Tod starrt dir ins Gesicht. Was wirst du tun? Mir wurde schon so oft in die Eier getreten. Die spüre ich seit 72 nicht mehr. Mach das nie wieder. Was? Mikasa is so kass, Baby Tigre. Komm, du triffst die Familie. Lucky, meine Nase ist wiedergebrochen. Ich bin nicht deine verdammte Mutter. Lucky gefällt mir jetzt schon. Lucky Mama. Da draußen gibt es Leute, die wirklich verwundet sind. Ich leide. Vorsicht, Mama. Herpes zählt aber nicht. Das ist Lorenzo Canseco. Poeter-Legenden. Ah, ich erahne heißes Kämpferblut. Und natürlich kennst du Lucky Mama. Das Herz der Legenden. Er ist nicht gebrochen. Ehrlich? Aber sie hat doch geknackt. Merde! Eine Patientin? Sieht nach La Morale für mich aus. Ich bin Dani Rojas von Libertad. Die neue Faust der Revolution. No, Clara schickt mich. Libertad braucht die Legenden an seiner Seite. Ein paar echte Helden. Noch ein Castillo bekämpfen? Er ist genau das, was Yara verdient. Buenas Verte. Nein, eine Revolution war genug. Da hat sich Clara wohl getäuscht. Nicht aufgeben. Sie müssen nicht nur etwas kennenlernen. Besuch mich, wenn du dich eingelebt hast. Mein Baby Tigre. Die haben alle da total einzulaufen, Leute. Komplett. Rad ab. So. Das war sogar eine Mission, obwohl die Mission gar nicht angezeigt war. Ich wollte doch eigentlich hier hoch zu der Mission. Hä? Jetzt mal ganz ehrlich. Hier wurde doch die Mission angezeigt. Ich bin einfach hier aus Spaß zu dem Berg hoch. Und plötzlich ist hier die Mission gewesen. Hätte ich da einen Hinweis gefunden, wo der Berg ist, oder was? Komisch. Hier kann ich auch Hubschrauber sammeln und so. Anordern, anfordern. Ja gut, dann gucken wir mal, was er will. Ich habe die Legenden getroffen. Nur El Tigre unterstützt Libertad. Du musst alles in deiner Macht Stehende tun, um sie zu überzeugen. Die Leute brauchen ihre Helden. Offenbar, vielleicht wollen sie noch Helden sein. Kommt her! Keine Umwand. Schnellreise. Der beste Feind des Menschen. Die nennen das Crossfit. Ich nenn's Leben. So. Hast du ja auch Hähnchenkämpfe? Ich hab eine Mission, Baby Tigre. Ja, zeig mal, wie viel du schaffst. Los, mal weiter. Ah, das war's schon. Wenn wir wollen, dass diese grießgrämigen alten Guerrieros Libertad helfen, müssen Lucky und Lorenzo mitmachen. Hier ist der Plan. Seit Anton wie besessen von Krebsmedikamenten und der Viviro Herstellung ist, gibt es kaum medizinische Vorräte für Luckys Klinik. Also hab ich einen Piloten bestochen, um ein Paar einzufliegen. Wenn die Vorräte ankommen, sagen wir Lucky, die sind ein Geschenk von Libertad und bumm, sind alle Freunde. Perfekt, oder? Also es wäre perfekt, wenn nicht irgendein Nijo de Puta meinen Hubschrauber abgeschossen hätte. Geh die Vorräte holen, bevor es jemand anderes tut, Baby Tigre. Ja, machen wir. Vergiss nie die drei Guerrier-Prinzipien. Sei immer in Bewegung, immer wachsam und töte deine Feinde immer, bevor sie dich töten. So, wo krieg ich jetzt den Hubschrauber her? Ist es zu passen, dass... Äh, Pippe, es gibt, äh, Drops eigentlich zum Spiel, also für Spiel. Weil jemand vorhin meinte schon, äh, der Kuchen meinte, dass, äh, es doch keine gibt irgendwie. Die neue LT-Geläge, die Nase gebrochen hat, sie war nicht gebrochen. Und sie hat Glück noch am Leben zu sein. Die Dattelbücher ist nicht gut. Einmal Hubschrauber, bitte. War noch gut. So. Ich schaffe er dir jetzt medizinische Güter. Ah, ja. Ist das Brutte da links? So, halt. Ich will doch mal deine Nägels. Moment. So weit reicht das? Uff. Ja gut, das ist ein Stück. Ich glaube, du solltest nicht mehr ausschlafen, mein Großteil. Hä? Hä? Da bin ich doch eiskalt in die Stromleitung gekommen. War mal wieder ganz klein Problem. Das ist ja immer so ein Felsen. Stimmt, der meinte, da finde ich ihn. Hier wird der Luftraum überwacht. Ich bleib besser am Boden. Hey, mein Lack. Von jetzt auf gleich rot und boom. Verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Wie schnell sollen die denn eine Rakete abgeschossen haben? Ich mach doch überhaupt kein Ding. Was fühlt sich anders an? Es ist Lage. Nein. Ja, als würde es plötzlich was bewegen. Lass mich. Gut. Machen wir es anders. Andorscht. Oha, hier ist ein Baumhaus. Ein Baumhaus mit viel Loot. Wäre nur darauf gewartet, eingesammelt zu werden. Komplett. Alles leer gemacht, ja. Wollen wir nicht? So, hier haben wir noch eine Urne. Ein Segen. Da ist die Mission. Der ist vor der Dschungel. Guck mal. Ich wollte eigentlich irgendwo abspringen, damit ich untergleiten kann. Das wirkt sehr... Das kann. Oh, hier. Oh, hier ist so der perfekte... Der perfekte Absprungsort hier. Guck mal. Voll gut. Ah! Da fliegt der Meteorit. Gibt es denn nur Drops, oder nicht? Guck gleich mal mit dem Handy. Das ist wohl die Absturzstelle. Was für ein Chaos. Das war zu einfach. Que vola! Wer seid ihr? Wir sind La Moral. Und El Este ist unser Land. Unser Land, unsere Medizin. Hast du die Ansprache geprobt? Klar. Das ist Eigentum von Libertad. Ha, Libertad. Ich wusste, dass ihr bald um unsere Hilfe bettelt. Wir sollten gemeinsam gegen Castillo kämpfen. Ich bin Ron Ron. Yelena's Fieber. Quattro. Unter Wucht. Ich bin Dani. Dani Rojas. Aha. Achtung! Da drüben! Beim Heli! Haut rein! Kriech! Riech! Guter Grill, ja. Was ist da los? Scheiße, was denn da schießt der? Scheiße, mit von denen! Bin ich. Ziele gerichtet, im Süden! Ich seh sie! Soldatik, komm, mach sie im Osten! Alles klar, danke! Ein Ziel ist hier! Scheiße, Granate! Alter, da schießt der den Links nicht. Was? Die Leute haben die sich selber hochgejagt gerade. Fick mal weg von meinem Hundi! Kämpft weiter! Scheiße! Anke, raus dem Bord! Schieb sie ab! Rock! Treib sie weiter zurück! Aus dem Westen kommen wir da los! Verstanden! Ich denke, der überhitzt nicht so schnell, Daniel. Der überhitzt genauso schnell. Scheiße! Ich übernehme, was er geht! Oh, nehm! Verdammt, Dani! Du bist ein Fieger! Oh, das ist doch der Lipp, nehm! Schiebfehler! Oh, nehm! Das war's, glaub ich, oder? Für Libertad! Lass mich doch sammeln! Du hast Talent, Libertad. Aber Jelena braucht die Vorräte. Wir haben Verwundete. Jelena ist euer Boss? Ja. Sie tritt mir in den Arsch, wenn ich mit leeren Händen zurückkomme. Und Clara tritt mir in den Arsch, wenn ich das nicht zu den Legenden bringe. Libertad will die Legenden von 67? Halb Yara hält sie für tot. Die sind sehr lebendig. Und halb La Moral hält sie für Schwätzer. Aber ich hab Geschichte studiert. Sie zahlten mit Blut, um Antons Papa ins Grab zu bringen. Ich sag dir was. Du gibst mir diese Vorräte und ich stell dich vor. Ach, Conio. Die Elena wird mich umbringen. Aber wenigstens treffe ich vorher die Legenden. Also besorg uns einen Hubschrauber. Dann reden wir über die Vorräte. Willkommen bei La Moral. Libertad. Wie du meinst. So. Alles klar. Abwehrgeschütz noch einsatzbereit ist. Das war der Wahnsinn. Ich fasse es nicht, dass wir noch leben. So, hier haben wir noch eine Kiste. Die haben wir auch mitnehmen hier. Eine Schrottsinne abgesägte. Okay. So. Ich muss die Flugabwehrkanonen zerstören, bevor ich fliegen kann. Manche nutzen die Armee Baseballfelder für Notlandung. Äh, ja. Erstmal Flugabwehr. Ja. Das ist ein Stück. Aber hier gibt es viele Berge. Hm. Das mit dem, mit dem, mit dem Dings verstehe ich halt wirklich nicht so richtig. So wie es ist. Mit dem Looten. Also wozu? Verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Klar, ich kann dieses eine Lager da noch dreimal aufrüsten. Aber die Buffs, die man da kriegt, die sind halt useless. Also, das ist halt so minimal. Guck mal hier voll der, der Dschungel. Welcome to the jungle. Du, 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 du. Hallo Schaffrau, grüße. Hallo Alki. Moin. Ich finde den Ami Schalldämpfer am besten. Das Ding ist, ich habe jetzt extra einen genommen, der nicht schnell überhitzt. Aber irgendwie, überhitzt der trotzdem schnell. Die Kochbuffs sind ganz gut. Koch. Das ist okay. Tischer. Das kann ja heiter werden. Oh. Das gibt leckeres. Leckeres Tischerfleisch. So. Was ist ein Ami Schalldämpfer? Zeig mal. Welchen habe ich denn? Ich habe den Improvisierten. Großer. Rechteckiger Schalldämpfer. Solinder Schalldämpfer. Hey. Kompensator. Amerikanischer Schalldämpfer. Aber da steht ja auch überhitzt sehr schnell. Hier stand wenigstens. Überhitzt langsam. Das verstehe ich halt nicht. Überhitzt trotzdem mega schnell. Also. Das ist nicht so. Hey Dude. Warte mal. Was hast denn du für mich? Gebolla. Ola Dani. Wenn du schon immer mal einen Cappuccino trinken wolltest, während du für uns kämpfst, wirst du das hier lieben. Die Soldats kontrollieren eine Kaffeefabrik in der Nähe. Alle Bauern in diesem Gebiet müssen ihre Ernte zur offiziellen Zählung hinbringen. Aber die Soldats behalten immer einen Teil für sich selbst ein. Das weiß ich zu schätzen. Okay. So. Wir müssen da runter. Ich wollte ja eigentlich hinsegeln, aber es ist nicht viel mit Segeln hier. Hier brennt's. Das war ich aber nicht. Schön rechts und links daneben. Toll. Noch mehr Kanonenfutter. Fami, was geht? Cool, dass du mal wieder reinschaust Digi. Hm. Und ich hab gedacht, ich kann da schön hinsegeln. Wingshut. Aber ist nicht so. Dann laufen wir halt. Wir haben ja Wanderstiefel an. Oh, die ist ne Kiste. Dass ich mal auf die Karte geguckt hab. Der Krawall. Hä? Habe ich den nicht schon gehabt? Habe ich den nicht schon gehabt? Verteidigung gegen Panzerbrechende Munition wird erhöht. Oder ist das ein Skin? Das war ein Skin, wa? Ne, den hier hatte ich vorher. Krawallhelm 2. Achso, was kann der Kroko-Helm? Nix. Wow, der wird gleich mal hier alles erhöht. Gut. Kroko-Helm. Kroko-Helm hat gewonnen. So. Aber ich hab grad geguckt. Tatsächlich gibt's die Drops nicht mehr. Die waren wahrscheinlich nur bis gestern. Ja, gestern waren die definitiv noch an. Nicht viel war jetzt 3 Stunden Joggen. 3 Stunden Joggen. What the fuck? Ist einmal um den Globus gelaufen? Hier ist ne Rückgabestelle. Okay. Das sieht doch schon besser aus. What the fuck? Hä? Wo ist mein Wingsuit? Die Drops sind gelutscht, ja. Genauso wie mein Wingsuit. What the fuck? Und heute... Hier kleiner. Öh. General José Castillo, mein eigener Neffe. Mode von Libertad, totaler Mode. Roses Geschichte ist vorbei. Aber der Kampf um sein Vermächtnis hat grad... Grad erst begonnen. Was war das denn jetzt? Jetzt mal ohne Witz und Scherz, bitte im Ernst. Und dann setzen sie mich auch noch hierher. Ob ich überhaupt nicht hin wollte. Gleich mal in so'n... in so'n Gefahrgebiet. Pfff. Also manchmal... könnte ich... ragen. wischen. Warum ging jetzt weder Falscher noch Wingsuit? Was? 35 Kilometer Joggen? Was ist denn mit dir verkehrt, Alter? Ich war jetzt nach einem Dreivierteljahr... gestern... gestern mal wieder. Und ich war nach zwei Kilometer so tot. Bist du irgendwie... Hochleistungs... Marathon... Läufer, oder wat? Aber die Two-Wops sind gelutscht, ist gut. Lauf, kleines Häschen. Hehehe. Die NPCs laufen auch immer in deine Fahrt rein. Das ist so dumm. Was hast du für Hunde? Da waren aber zwei Hunde, die täglich raus müssen. Wat hast du da? Oha, hier ist ein Dings. Ein Armilager. Wo ist denn das da oben? Ist da ein neuer Heli? Hey, Clara. Ich bin in der LSD und sehe einen scheiß großen Funkturm. Das ist Castillos persönlicher Sendeturm mit seiner Spionagestation. Geh da rein und lade alle Infos runter, die du aufspürst. Finden wir raus, was Castillo abgehört hat. Kankar sind diese türkischen, wa? Die habe ich jetzt auch im Urlaub mal kennengelernt. Hahaha. Der Sunny rettet euch auch nicht. Der Sunny rettet euch auch nicht. Ne, bei Headshots ist das, äh, infällig. Okay. Pass bei uns auf, Dany. Leiche entdeckt. Finde die Rate. Die Bauern. Die Bauern. Die Bauern. Die Bauern. Der Sunny rettet euch auch nicht. Der Sunny rettet euch nicht. Was? Pass auf, dazu gibt es nicht viele Sektionen. Wir rohen aber Leichen hier. Ah, die Runde. Dieser Pallon. Die Alana, sind die also... Das ist ein Ballon Brunnen. Dany, komm und zeig es! Ich will nicht sterben. Nee Professor, du wirst auch nicht sterben. Unschuldige werden hier nicht hingerichtet. Wofür ist der? Da gehst du es, Alter. Nix holst du hier, Verstärkung. Libertad, Junge. Monos bekommen für, äh, kein Alarm ausgelöst, voll gut. Was denn das hier? Die sind halt sehr schlau und riesig. Wenn man sich Zeit nimmt, kann man denen alles beibringen. Ich war ja jetzt im Urlaub in der Türkei, da gab es nämlich auch so ein, so ein Dings. Das waren Straßenhunde. Aber schlau waren die auf jeden Fall. Die sind immer abends zum Steak-Restaurant gegangen. Weil sie genau wussten, da kriegen sie die Abfälle. Hey Junge, hey Perito. Halt hier bloß die Augen offen. Es ist arschgefährlich. Was weißt du? Hola. Wir werden heute die Armee überfallen. Kämpfe mit uns und wir zeigen ihnen, was für Guerrieros El Este zu bieten hat. Hey, danke. Wo warst du direkt, äh, in Okula oder so ähnlich. Oku, Okula, Oku. Irgendwie sowas. In der Nähe von Instikum. Guck mal, da hast du'n Türkei, Alter. Wie sie aussieht mit Zigarre. Was brauchst du? Eine Menge brauche ich. Hier, guck mal. Hier jetzt. Was denn jetzt? Wollt ihr das verkaufen? Rrrr. So. Was hast du denn? Was hast du denn? Was hast du denn? Denselben Quatsch wie die ganzen anderen auch. Was ist das denn? Gewehr erzeugt? Achso, das ist das Schockbellen-Ding. Klamotten hat die. Klamotten hat die. Klamotten hat die. Guck mal hier. Du kannst Behälter durch Wände markieren. Mit tödlichen Kopfschlössen erhältst du Munition zurück. Das ist gar nicht so dumm. Verteidigung gegen Weichziele. Das ist alles. Das sind alles so Lobob-Sachen. Es lohnt sich halt null die einzusammeln. Meiner Meinung nach. Ja, ja, ja. Kuckuck Jumbo. So, wir wollen da runter. Ein bisschen rechts von mir. Da ist es. Ob ich jetzt einen Fallschirm habe? War vor circa drei Monaten in der Türkei. War übertrieben heiß. Ja, wir hatten auch noch 32 Grad. Im. Baumspitzen machen mir ein bisschen Sorgen. Ah, perfekt. Schön über die Baumwipfel. So einmal der Runde. Der will doch mal mehr doch nicht. Neue Runde, neues Glück. Oh, was ist denn das? Ein Helikopterlandeplatz? Eine klare 10 von 10. Ah, nicht ganz. Der König. Was? Was? Oh scheiße. Was? Nichts passiert. Wir gehen sie weiter. Wir werden 32 Grad Ende Oktober. Das ist schon Mitte Oktober. Ja. Ne, 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 Freundchen. Das ist mein Heli. Den haben wir noch nicht. Schnell weg. So, hatte 45 Grad am Tag. Nachts war ich noch wärmer. Vorsicht. Da patrouilliert ein feindlicher Hubschrauber in der Nähe. Pass nur auf, dass du nicht runter stehst, wenn ich ihn runterhole. Nervös, Junge. Warte, fuck. Der lebt noch. Der lebt noch. Oh, scheiße. Der lebt noch runter, wa? Okay. Dann weh. Das geht die Kiste kaputt. Ah, hier ist die Besuchungsrückgabe-Ort. Nice. Bäm. 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 So, guck mal. Guck mal. Guck mal, da kommt sogar hier eine Leuchtrakete. Ja, ich komm doch schon. Aja, rot so. Ja, gut, grün. Ja, ich komm doch, guck mal ganz aus. Uau, ich komm doch schon. Ja, ich komm doch, wo ich her. Wie kurz geht's? Ich hab schon gar nicht behalten, ganz gut. Du sagst, komm doch bitte, ich hab doch da. Okay, los geht's. Oh. Danni, du hast die Vorräte. Oh, Palapinga. El Tigre. Die Faust der Revolution. Ich will ein Autogramm. Wie heißt dich, Signorita? Honron. Ich bin bei La Moral. La Moral. Terroristas. Honron, das ist Lorenzo. Genug, Lorenzo. Fickt euch. La Moral behält die Vorräte. Das ist unsere Revolution, nicht eure. Ein Bauer ist heute ins Kreuzfeuer geraten. Er hat eine Kugel im Bauch. Ohne das hier wird er nicht bis morgen überleben. Lucky Mama. Viele der Kugeln, die ich raushole, sind von La Moral. Es macht einen Unterschied, ob man mit Waffen spielt oder in der Revolution kämpft. El Tigre. Vorträge können sie gut. Wenn die Abuelos in einem Museum leben wollen, meinetwegen. A quien le importa. Aber ich nehme mir ein paar Souvenirs. Lass uns reden, wenn du Zeit hast. Wenn die Opas in einem Museum leben wollen. So, nimm deine Medizin. Abgeschlossen, Leute. So, nächste Mission. Oh, dann machen wir noch mal. Aber bring Lorenzo mal dazu, irgendwas zu tun. Das ist wie ein Laster durch den Schlamm zu ziehen. Seitwärts. Ich werde ihn ein bisschen daran erinnern, wofür wir mal gestanden haben. Und du bringst Bio wieder zu ihm. Du musst nur reinschleichen, Fotos von allem machen, was verdächtig ist und abhauen. Für eine sogenannte Forschungseinrichtung haben die viel zu viele Waffen pro Laborkittel. Die haben was zu verbergen, Bebe Tigre. Und wir werden es Lorenzo ins Gesicht klatschen. Was es auch ist. T-Virus, eindeutig. Ich hoffe, du kannst mit Kameras umgehen. Was sagt ihr Kids heutzutage? Kein Filter? No Filter. Kein Filter. Mal gucken wir mal hinter mir jetzt. Hey. Dass der Helikopter mal herkriegt. Mal merken. Hier können wir wieder was ausbauen. Guck mal. Du hast jetzt gesagt, Küche ist ganz gut. Die allgemeinte Küche ist gut. Küche? Was ist denn hier? Ey, Cantina oder was? Versuche die Cantina und tausche Tiere und Fleisch gegen Mahlzeiten ein, die dir zeitweilige Stärkung einbringen. Das ist halt auch nicht so. Verpflichte mehr Rekruten für Banditoeinsätze und kaufe Ausrüstung. Um bei den, äh, starte dich mit Ausrüstung, Waffen und permanente Stärkung für die Jagd auf, äh, Wild, äh, Fischerhütte. Erwirb Ausrüstung und permanente Stärkung, um zu Angler zu werden. Werkzeugen umgehen? Ey, Cantina, Leute. Ey, Cantina. Essen ist wichtig. Maki sagt, ich hab eine Schlafapnoe und das einzige... Rede mit dem Koch. Rezepte. Wann hat er denn da so? Dein Widerstand gegen Explosionen wird erhöht und du erholst dich schneller, wenn du niedergeschlagen wurdest. Dauert eine Stunde, ah, gut, aber eine Stunde ist schon nice. Wow, hier ein Wrap. Verbessert deinen Widerstand gegen Feuer, wenn du brennst, wenn Flammen... Schütze deine Augen vor Gift und erhöht den Widerstand gegen Gift. Trage Munition aller Arten. Verteidigung gegen Panzerbrechen und weiche Munition wird erhöht. So schlecht ist das tatsächlich nicht. Weiß ich was, was der Eis gemeint ist. Eine beschissene Sauerstoffmaske. Scheiße, du könntest sowas wie der Darth Vader des Dschungels werden. Fick dich. Neu hier, hm? Neu hier, hm? Hab die Kantine nur einmal genutzt. Ja, deswegen, man braucht die halt auch gar nicht. Ist halt alles so ein bisschen, ja, es ist halt da, aber irgendwie... Oha, hier. Werde mal gespendet für die Straßenmusiker. Bep, bep, bep. Okay, hoch, bei den Hühnchen hoch, okay. Das kann ich mir merken. Bei den Hühnchen da oben. Der scheiß Lorenzo Canseco hält mich für eine Terroristin. So, jetzt geht's ab ins Umbrella-Labor, oder wat? What the fuck war das denn? Hab ich die alte erwischt? Ne. Untersuche die Bio wieder, ha? Anlage. Machen wir. Bap, bap, bada, bap, bada, bap, bada. Unidentifiziertes Flugzeug im gesperrten Luftraum. Achtung, Pilot, landen Sie, sonst eröffnen wir das Feuer. Hä? Uno momento, por favor. Das ist da. Traf ich nicht. Wieso kann man nicht aus einem fliegenden Helikopter aussteigen? Wieso stirbt man da? Wieso? Die war so jung. Verstehe ich nicht. Nicht zu hoch. Warte mal, Hühnchen nach oben, hat man gesagt. Aber warte mal, ist nicht das Hühnchen. Hier oben sind die Hühnchen, die ich meine. Du bist aber ein cooler Hund. Kopf gegen Rotorblätter. Kopf gegen Rotorblätter. Ja, ich glaube auch, aber das ist halt so ein bisschen schwierig. Aus dem Weg. Bist du mit denen fertig? Boah, das ist ja eine geile Landebahn, ja. Mit Schanze. Bittes auch hierher schaffst. Jedeh? Was ist das? Heißt das, guy. 10-2-1-1-2-1-2-1-2-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1. Ich schicke den schon mal ein Flugzeug zum... Ihre scheiß Flugsverbotszone. Guck mal, wie der Schatten da von den Wolken ist. Das ist natürlich auch nice. Rambo No. 5. Guck mal, sie ist ganz nass. Bebe Tigel, wo du gerade bei der Anlage bist, ich möchte, dass du jemanden für mich suchst. Sie heißt Gabriela und stammt aus dem Fischerdorf. Sie hat uns Essen und Vorräte gebracht. Lorenzo hat dich in den Tattoos und die gefärbten Haare lustig gemacht. Wir haben uns über ihre Besuche gefreut. Aber irgendwann hat sie uns eröffnet, dass sie Yara verlassen wird. Danach kam Gabriela nie wieder. Mein Nachbar glaubt, dass er sie bei Bio wiedergesehen hat. Tattoos und gefärbte Haare. Ich halte die Augen offen. Gracias. Ich fürchte, dass was Schlimmes passiert. Jetzt nichts Schlimmes passiert. Oh, wie der Hund in Zeitlupe rennt. So, das hätten wir schon mal geklärt. Können wir das nicht aufheben? Schade, dass hier kein... ...dingsrum steht. Ich hab zwei Warnschüsse gegeben. Einmal links vorbei, einmal rechts vorbei. Das ist noch mal der Gefangene, oder was? Das ist ein Poster. Was denn das? Perfektor. Verstehe. Trotz mal gecrossed. Lügenpresse. Nichts in dem Haus zu finden? Das ist ja lame. So. Wollte ich jetzt aber wieder was. Oh, das ist gar nicht so weit. Ach, komm, wir laufen. Was war denn Ihre Mission? Mäh, mäh, mäh. Ich würde gerne das Plakat sprengen. Dann wissen die gleich, dass ich da bin. Dumme Idee. Man kann das gar nicht sprengen. Null. Wenn da. Kommt raus. Spielen. Wenn nur zwei Typen, oder was? Fotos machen. Durchsuche die Wärteranlage nach Hinweisen. Mit X oder nach oben kannst du Handy rausholen. Oh, okay. Und Blut? Seht ihr Leid und Schmerzen? Das war es. Ihr muss jetzt gut aufpassen. Was wir mit 67 Jahren in die Veränderung der Mission brachten. Blut will. Wollt ihr euch wieder errichten. Noch eine Ahnung machen. Das ist scheiße. Komm raus. Ich rufe Hilfe. 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 Nichts machst du. Kollege, wir sind verschloss. Offizier. Dein Rang wird dich nicht beschützen. Ihr alle steht in der Schuld von El-Präsidenten. Die saubere Luft, das Echt auf unseren Tisch, das Haus, in dem ihr wohnt, eure Bildung. El-Präsidenten hat dieses Land aus dem Dreck gezogen und kurz gesetzt auf eine strahlende Zukunft. Ein gutes mitgeliefertige Militär-Präsidenten hat dieses Land aus dem Dreck zu stellen. Denn, komm, wir haben genug getan, dass ich verdiene, was Präsident Castillo mir und meinem Land schenkt. Wer Präsident Castillo infrage stellt, ist kein wahrer Jan-Ara. Dein Traum von einer besseren Zukunft darf nicht von Menschen gebremst werden, die aus Prinzip alles kritisieren. Ihr seid entweder floren oder... Das ist ein ... Huh? Wo ist er denn? Der Schleif. Kurz mal eliminiert. Boah, Massenkrab. 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 Massenkrab. Boah, 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 Massenkrab. und sehen uns zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Lass ein Däumchen da und bis zum nächsten Mal.